So, dann gibt es hier aber heute ein Rundchen. Los geht's! Oh, stecken die anderen Protonen hier! Oh, das ist ein Rundchen! Oh, die anderen drei brauchen wir auch noch! Mann, jetzt ist das schon wieder zum Haar drauf hier! Ach, guck an! Da ist das neu! Ah, da macht er den Laden zu! Schade! Zarte 22! So, dann drehen wir nochmal hier eine Runde! Ja, schauen wir mal da gut! Feuer frei! Oh, die Roten wollen wir nicht sehen! Oh! 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 Oh, die zweite Runde! Der nächste ist schon Schicht im Schacht! Oh, das ist auch etwas grünes! Ah, da ist es! Schade! Mann, ey! Aber das sollten ja nicht die schlechtesten Freispiele gewesen sein! Oh ja! Immerhin! Ja! So, dann drehen wir heute mal hier ein paar Runden! Diamond and Fruits! Mal gucken, ob hier was zum Stande kommt! Mal gucken, ob hier was zum Stande kommt! Mal gucken, ob hier was zum Stande kommt! Alles bläst, was zum Stande kommt! Nichts passiert hier! Ach, gewiss! Ne, nein! Bleib, nein! Ohi, 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 ne neue Nummer! Ah, und heute gibt's noch hier noch ein paar. 5 Euro, los! Ah, nichts zu holen hier, oder was? Ah, nichts zu holen hier, oder was? Ah, nichts zu holen hier, oder was? Ah, nichts zu holen hier, oder? Ah, nichts zu holen hier, oder was? 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 Ah, was Ghost Slider für uns heute hat. Ah, weiter, mehr davon. Ah, was? 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 Und einmal vernichtet. Hey, du darfst nicht so oft bekommen. Der ist besser. Oh, noch zwei Lauffer. 68 im Put, 108, jetzt wird es interessant, das brauchen wir nicht, gleich auf 44, ey. Nein. Oh, 69 und kaputt. Gut, okay, das reicht uns, Spielwechsel. So, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Gut, okay. Gut, okay. Gut, okay. Gut, okay. Nehmen wir. Das war ja schön. Klappt das auch mal fünf Sonnen bestellen. Ah, vier. Boah, immer noch schwarz. Gut, okay. 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 Einen Szenen, nasse Schwestern gar nicht. Gibt es da nicht? Na ja, ganz groß im Kino. Und heute mal eine kleine Runde Lucky V. Los geht's. Da gibt's schon gleich Power Spins. Und schon ein Minos Geschäft. Und schon ein Minos Geschäft. Das ist ein Minos Geschäft. Ich bin ein Minos Geschäft. mein Gott, nichts anstehen jetzt drinnen hier so wird das nichts mein Gott, nichts anstehen jetzt jetzt hat er vielleicht die Miriam die jetzt doch nicht so wird das nichts anstehen jetzt tja das war mal wieder eine Nullnummer hier mit Lucky Pharao läuft einfach nicht mehr kannst du vergessen so dann schauen wir doch mal ob hier was zu holen ist 150 hätten wir mal sehen ob man mehr los machen könnte so nein so 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 los geht's einer ok fahrzeug ok fahrzeug so 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 Er fällt runter auf 100. Er fällt runter auf 100. Oh, es sind mal zwei. Es werden mehr. Fünf Stück, bloß Feuer. Gar nicht nachlassen hier. Das ist ein bisschen weniger, ne? Nur noch zwei. Vier. Komm schon. Jawohl, nochmal die Sieben. Sechser. Los. Oh, 100 verschenkt oder wie? Wow. Schlechter Pausch. Ah, 100 kriegen wir rotze. Jo. Aber gut wie auch nicht mehr. Na ja, was soll's. Was willst du machen? Ja, ich will den Bünder nicht. Gut, dann wechseln wir nochmal das Spielchen. Ja, ich will den Bünder nicht mehr. Ja, ich will den Bünder nicht mehr. Vielen Dank.